Willkommen zurück zu Splatoon 2 auf der Nintendo Switch. Guck da mal bei Mario Kart rein, eine India-Folge, wo ich mit dem Link, wo er mit dem No Ender rausgekommen ist. Guck mal rein, das hätte dazu mehr. Guck mal rein, hallo? Ich darf nicht warten, ne? Nö? Tschüss. So bleibt, wir werden einfach stehen. Hä? 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 Ja ok, dann bleib da halt einfach stehen und lass es nicht zu stehen, dann geht's auch viel. So was nimmt der Rotschlimp gerne mit. Ja. 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 Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr schaffe. Ja, klar. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch, Nintendo. Dass man zutritt gewinnen kann. Ja, man kann, aber ist es nicht so wahrscheinlich. Ich habe es jetzt überlegt, dass ich zutritt mal gewonnen habe, aber es ist auch sehr unmaschönlich. Ja. 163 Punkte, das geht sogar nur. Ich will jetzt nicht mehr ein bisschen an, oder? Ich glaube auch, dass wir zu dir müssen. Ich glaube auch, dass wir zu dir müssen. Es geht nicht mehr. Schlafe. Da beweg dich jetzt. Jawoll, wieder so eine ... Lobby. Schauen wir mal in die Kommentare, ob ihr die eine Folie gesehen habt. Da ist auch so mehr in dieser Joggle. Split-Party. Come here. Oh. 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 Warum? Oh, das war so. Ja. Ja, okay. Ja. Gut, Leute. Wenn das jetzt nicht geklappt hat, dann muss ich ja irgendwie anders glauben, oder? Ja. Oh mein Gott. Kann ich doch nicht drüber auf dem Durmbunch rauslegen, Leute. Warum? Tschüss, machen Abgang. Machen Abgang. Tschüss. Machen Abgang. Tschüss. Machen Abgang. Tschüss. Tschüss. Nein. Das ist ein Wisch und das Miro-Rubombrechen-Game. Ich glaube, die Runde verlieren wir aber. Es hat kein Glück mit den Games. Äh, man hat eine Games in der Eidol. Das ist nicht so. Nee. Also wenn ihr das gut nennt, dann... Ja. Okay, 10. Ist ja... von mir. Das ist gut. Aber es ist nicht so. Es ist gut. Aber es ist nicht so. Naja... ...zaubert... ...zaubert... ...so, weil jetzt... ...Nich denn du sagst mir... ...mhm, ja die andere Map ist aktuell nicht verfügbar, weil... ich weiß nicht, wieso du kriegst auf jeden Fall nur das Backfestadion ich hab da ein bisschen zu leer geht ich hab da so traurig ich hab da so traurig ich hab da so traurig b ich hab da soτί ich hab da so traurig ich hab da so traurig Ja! Komm her! Weiß ich nicht tun! Sag so noch mal! Das ist die nur auf bestem Niveau! Tschüss! Und dann auch eine Minute fünfzimmer! Nee, das wollen wir. Das wird der sich der vorliegen! Warte, ich möchte ihn klappen, ich möchte ihn klappen. Ich! Komm, das macht mir gleich. Ja leg noch mehr. Ja klar, diese Beile raus. Die Rollen die legen aber heute. Achso, ich weiß ja auch nicht. Nein! Ja. Das ist aber sicher, wer weiß ich, ja. So stellt man sich nicht mehr zu. Sieg vor. Wir nehmen sie. Ja. Es ist noch ein bisschen was für Slayer 25. Deswegen würde ich sagen, wenn wir uns das nächste Mal wieder bei Squadron 2. Tschüss.